Moin Leute, willkommen in Bruderland. Zeit für einen kleinen Zwischenstatus zu meinem iPhone-Experiment. Ich nutze ja gerade das iPhone, mit dem ich gerade dieses Video hier aufnehme. Und mittlerweile habe ich mir ja auch noch eine Apple Watch zugelegt. Und ja, was soll ich sagen? Also ich habe meinen Huawei P30 Pro mittlerweile verkauft an eine Bekannte von mir. Und insofern bin ich jetzt komplett auf dem iPhone hängen geblieben. War es einfach nicht so ganz. Aber ich muss sagen, durch diese ganze Face-ID-Geschichte und so, ist es doch ein bisschen einfacher geworden als das letzte Mal bei meinem iPhone 8. Also gerade, was mich damals ein bisschen gestört hat, war diese ganze Passworteingabe und so. Das ist ja bei den Google-Android-Smartphones dann doch meistens immer ganz einfach, wenn man die ganzen Passwörter speichert. Und mittlerweile ist es mit Face-ID eigentlich ganz schön. Also egal, ob man seine Banking-App nutzt, ob man seine Passwörter, ob man sich beim Apple-Store einloggt und so. Mit Face-ID funktioniert das eigentlich ganz gut. Und insofern gibt es für mich eigentlich keine Gründe, da jetzt sich zu beklagen. Einzige, was immer noch ein bisschen tricky ist, ist diese ganze Thematik mit dem Dateimanagement. Also ich habe ja hier ein iPhone und noch ein iPad. Und der Grundgedanke war ja, dass ich hier meine Videos aufnehme und die einfach aufs iPad übertrage zum Schneiden. Das geht dank AirDrop ganz gut. Aber wenn man sonst da irgendwie Bilder oder sonst irgendwas ins LumaFusion reinbekommt, dann muss man sich da so ein bisschen explizit so seinen Prozess zusammenbasteln, dass es auch wirklich sauber funktioniert. Das ist halt ein bisschen schade. Aber wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat und weiß, was man wo, wie, wann hinterlegen muss, dann geht das auch. Ja, und ansonsten, wie gesagt, das ist jetzt ein iPhone XR. Es ist kein iPhone 11, es ist kein iPhone XS oder sowas. Nichtsdestotrotz, ich bin vollkommen zufrieden. Ja, die Kamera könnte besser sein in manchen Situationen. Gerade bei so Snapshots oder sowas, da war ich dann doch sehr verwöhnt, was mein Pixel 2, Pixel 3 oder auch das Huawei P30 Pro angeht. Aber wie gesagt, das ist ein Jammern auf sehr hohem Niveau. Und da kann ich mich, wie gesagt, nicht beklagen. Wenn jetzt die Frontkamera hier auch noch irgendwie eine 4K-Kamera wäre, wäre das noch schöner. Aber so what, dann nehme ich halt meine Filme so auf. Und wie gesagt, der Umstieg war anfangs ein bisschen komisch, aber jetzt langsam fühlt es sich natürlich an und läuft so im Alltag über. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich werde auch trotzdem weiterhin noch Android-Smartwatches testen. Ich habe ja durchaus noch das eine oder andere Android-Smartphone hier, mit dem ich dann auch meine Smartwatches testen kann. Aber es wird halt auch verstärkt dann Tests geben, wie denn so eine WearOS-Uhr, eine Fossil-Smartwatch oder sowas, wie die dann unter iOS funktioniert. Falls euch das interessiert, lasst mir gerne ein Abo da. Das wird auf jeden Fall demnächst häufiger vorkommen. Ansonsten gibt es ja in Sachen Apple Watches ja nicht so viel Auswahl, was man testen könnte, aber da werde ich natürlich auch noch ein paar Videos machen. Ja, an der Stelle bin ich jetzt auch schon fertig mit meinem vorläufigen Vlog. Und sage mal Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.